herzlichen glückwunsch an alle leute die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei reddog gamble ich spiele immer wieder mecharena heute ist mittwoch und ich habe gerade gesehen hier bei kampf gibt es hier neuen sturmangriff mit killshot den habe ich sogar das werde ich mal sagen ich fange damit an viel spaß die erste runde geht los ok nicht lenken ok jetzt da ist ja noch einer ok jetzt sind sie da hinten alle die neun sind schon da die nächsten ich habe noch eine minute zeit soviel schuss und ich lade mal nach wille 1 abgeschossen was das war wille 1 1 so und hier nachher oh diese tag genau hier die wille 2 ging wesentlich schneller oh ich kann mich da heilen so leute so ich Breakdance! Okay. Okay, jetzt dahinter in die Ecke. Oh, das ist schön, das ist schön. Warte, bleibt da. Einmal schnell heilen, bevor ich getroffen werde. Jo. Wenn ich hier... stille Nachlagen. Und... Go! Ach, kommt schon. Nur einen. Oh, das Rakete. Oh, das Rakete. Okay. Macht auch viel Spaß. Oh, das. Das war's. Sieben Minuten. Zwanzig Sekunden. Ganz schön lang. Aber wir gehen zum nächsten Kampf gleich rüber. Ohne Halt. Ohne Stopp. Es geht hier noch weiter. Da. Ach, das ist diese Waffe. Die hab ich ja noch gar nicht. Ah, gibalte. Und das war's. Ohne Halt. Ohne Be trajectory. Ohne Halt. Ohne Halt. Es geht ins Flanze, das ist ein Blitz, ein Blitz. Ohne Halt. Ohne Halt. Okay. Oh, fuck. Okay, vier Bällen, zweiter kommt jetzt. Ah, nein. Okay. Ah, ich sollte mal lieber mit einer Waffe schießen, nicht mit beiden. Aber mit beiden weiß ich, dass sie sofort tot sind, ja. Hat immer so seine Vor- und Nachteile mit einer und mit beiden zu schießen. Ich glaube, die meisten sagen, es hat Vorteile mit einer zu schießen oder mit der anderen. Wow. 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 Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Okay. 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 Ich glaube, ich bin jetzt mal ein bisschen schneller wie vorhin. Okay. Oh. Okay. 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 Ach, so ein Mist. Ah, das sieht schlecht aus, aber ich denke, das werden wir trotzdem noch schaffen. Ach, da ist schon der Boss. Sogar zwei Büsse. Okay. Oh. 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 ok und schlose der ist runtergesprungen diese sau die letzte werde ok aber durchatmen die sind weg und nein Monty ist weg ich ich ei ei wei mir geht nochmal also ist nicht ohne ja Ok, da haben wir ein paar mitgenommen, da haben wir ein paar mitgenommen, da haben wir den Ei mitgenommen, da haben wir den anderen mitgenommen und der letzte, komm ja, der letzte weg. Puh, das war aber nice. Geht die Demo immer noch weiter? Geht immer noch weiter? Wie weit geht denn die Demo? Ah, ich kann noch zwei Runden spielen, das werden also noch mal 20 Minuten, also ich werde euch das jetzt nicht antun, oder? Doch, ich tue es euch an. So, es sind jetzt noch zwei Runden. Danach müssen die meine Waffe holen, die ich nicht habe, daher wird es dann da auch enden. Vielleicht endet das hier auch schon vorher. Wo ist er? Egal, da wer ist mit innen. Gut, jetzt. Die Nachleszeit des richtigen Und zwar machen die hier ein bisschen mehr Schaden, habe ich zumindest das Gefühl, aber es geht schneller. Und zwar? Und zwar? Ich bin schon wieder. Möge. Und zwar? Wah Das ist Flamina Das war's weg. Und... so mit euch drei hole ich auch ohne extra leben ok ok kann man gar nicht nachladen ach der lebt immer so komplett alleine auf ok schöne raffe da oben ist der na komm doch runter da gut ja gut tun wir es weg gut 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 ich brauche hier wo ist hier über bier gut 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 ich habe mein gut 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 war die schnellste von den ganzen drei bislang. Eine Runde muss ich noch. Let's go! Die letzte Runde und dann würde ich sagen, das war es auch schon für heute. Dann, danach. Okay, das ist jetzt, glaube ich, die gleiche Waffe, aber nicht ganz so stark. Boah, da ist der. Schon wundervoll. Wo schießt denn einer? Sind doch alle tot? Oh, da kommen wir da weg. Okay. Eigentlich ist man hier so in Sicherheit. Außer einer mit Raketen. Wer vor sowas kommt. Kommen wir da lang? Boah, helles Leben weg. Da sind noch mehr Minen. Sind die beiden Minen? Da sind immer noch Minen. Wie weit die Minen hier? Den brauche ich doch nicht. Okay. Stop. Jetzt nehme ich den doch. Zack. Okay. Jetzt bist du da oben dran. Schon oft genug geschossen. Schnell durchfahren. Okay. Da sind noch zwei. Okay. Alle weg. Zwei abgeschlossen. Wow. So. Nur einer? Ja. So. 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 Ok, jetzt habe ich aus Versehen den Letzten auch genommen, Bamboo Quetzfahnen. So schnell wieder hier rein. Falsche Richtung geworfen, Trottel. Ah, der ist schon wieder, der ist schon wieder. Über mir gibt es hier ein Leben. Na ja, ein Leben nicht, ein bisschen hier. Das ist schon wieder. Eikarama, Heilung. Das war noch schneller gewesen. 6 Minuten und 20 Sekunden. Ach so, es geht jetzt noch weiter. Schnell durchrasseln hier, die ganze Scheiße. Zack, zack, zack. Aber die Waffe finde ich cool. Die? Keine Ahnung. Ach, das ist die Waffe. Ok. Erstmal, dass ich mit dieser Waffe spiele. Ja. 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 Gut. Oh, wasser. Okay. Wer sucht der denn da? Zwei Schuss reichen. Tak tak. Oh na na. Ein Schuss reicht sogar. Boah, eine Kugel würde sogar reichen. Na, warte mal nach. Solange die auf dem Weg nach hier oben sind. Wo kommt denn der her auf einmal? Das war knapp. Wirklich? Der braucht ein paar Schüsse mehr. Ah, schon wieder einer. Holen wir schnell nochmal die Heilung da ab. Ah, noch einer. Da ist auch noch einer. Und wo ist der letzte? Weg ist er. Werde zwei abgeschlossen. So. Der ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Hmm. Es wird lecker. Und jetzt ist er unten. Diese Feiglinge. Okay. Wie gesagt. Ist noch einer. Der Turm ist noch da. Hier ist noch. Ein Minenwerfer. Oder Minenwerfer. Oder Minenleger. Oder wie auch immer. Vergiss mal die Namen. Oh, nein. Ich habe den Heel genommen. Shit. Ich war aber noch fast voll. Ein Gauner. Der ist weg. Der ist nicht weg. Jetzt haben wir ihn. So. Meine Damen und Herren. Ihr seht das Ende von dieser Runde. Es ist also nichts schweres dabei. Das ist der Dicke wieder. Der. Der. Der ist weg. 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 Ja, okay. Der war doch nicht weg. Aber jetzt. Dann muss er an der Seite rüber fahren. Dann muss er die Energie auch noch mit. schenken. Da unten. Down. Geht's. Da unten. Nein, ich treffe ihn doch. Okay. Da habe ich 3 aufgeschritten. Ach, das dauert aber lange mit der Waffe hier ab, mey, nee, die macht guten Schaden, aber... Oh, sechs Schüsse braucht der. Und alle drei tot. Neue Bossgegner da, mey. Oh, was ist denn das? Oh, jetzt brauche ich Heilung, Heilung. Down. Vierte Welle, Niederlage. Schnell hinterherziehen. Das geht ja hier schon über 40 Minuten. Okay. Welle 1, wieder bei 1 anfangen. Och, nee. Meine Maus geht wieder nicht. So. Und weg ist er. Splash. Mist. Was war weg? Mhm. Mhm. Eis raufhauen, was geht. Okay, da ist derинste. Okay. Wie war es? Ja. Okay. Die Welt. Wie war es? Das ist der, der wir in den Falle geheiratet. Lass uns kommt. Okay. So, meine Damen und Herren, Ende der ersten Welle ist gleich vorbei, dann kommt die zweite, da war ja der eine mit den Ansturmen gewesen. Oh. So, meine Damen und Herren, das war nicht. Geht das vielleicht auch ein bisschen schneller hier? Ne, der Preuß vielleicht noch später. Jetzt könnte ich den gebrauchen. Okay. 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 Hm. Hm. Okay. Hm. 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 Okay, der ist verrückt. Der liegt noch. Der liegt noch. Der Gaumener ist auch weg. Der ist auch weg. Komm her. Und? Du bist auch weg. Du bist auch weg. Du bist weg. Die bringen mich um. Wirklich. Okay, Entschuldigung Runde 4. Jetzt werden wir es aber schaffen hier. Klar ist dann hier schon wieder alles zu. Gleich ist dann alles zu mit den Minen. Komm her. Guck. 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 Okay, alle down, noch der Kommandeur. 8,41. Schön, haben wir alles geschafft. Jetzt müsste ich die Waffe holen. Dafür fehlen mir bestimmt die A-Coins. Können wir ja mal schnell nachschauen, shop. Entweder 31 Euro. Kaufe ich nicht. Und ja. Erstes Level geschafft. Eins, das nächste müsste ich jetzt kaufen. Ah nee, warte nicht erst Löffel. Das habe ich. Und das müsste ich jetzt kaufen. 31 Euro. Und wer gerne Geld dafür ausgibt, soll das machen. Lohnt sich bestimmt. Ich in meinem Fall mache das nicht. Ist für mich ein bisschen zu teuer. Ja. Ansonsten war es das für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal seid. Bis dann. Ich wünsche euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020